Die Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche ist das lethliche militärische Instrument des 21. Jahrhunderts. Gleich in der ersten neun Missionen dürfen sie tief über Flüsse fliegen und die eigenen Hovercrafts, hier rechts hindurch, vor gegnerischen Patrouillenbooten schützen. Aber sie dürfen ihre Schießkünste auch an Hokums und anderen Hubschraubern üben. Untertitelung des ZDF, 2020